Heute bauen wir unser liebes Büro ab. Seit fünf Jahren sind wir jetzt da. Es hat uns gut gedient. Aber irgendwann ist alles vorbei. Es geht auf die Südseite Innsbrucks nach Mühlau. In ein grösseres Büro, wo wir ein Lager haben und ein Studio. Und alles ein bisschen ökonomischer ist. Und ich habe jetzt hier die Lagerung und die Lagerung. Also, es geht auf die Karte und die Lagerungen. Und dann kommt in der Karte. Und dann kommt in der Karte. Bis zum nächsten Mal. Feierabend haben wir. Das war's. Guter erster Tag. Machen wir Bier auf. Schnell zu Wasser, halbwegs aus dem Kühlschrank. Jawoll. Wir teilen alles. Prost.